Willkommen zur ersten Folge von der U-Bahn-Challenge. Ja, also erstmal könnte ich an, was hier stattfindet bei der U-Bahn-Challenge. Das sind halt so lange Videos, die aber auch so teilweise kurz sind. Wie short, aber kurz. Und zwar werde ich die U-Bahn-Station ankündigen und am Ende werde ich 10 U-Bahn-Stationen filmen und dazu eine mini, mini, mini Information bringen. Und nach dieser Information, danach kommt es, also am Ende nach den 10 Folgen, die ich gemacht habe mit den Informationen, werde ich halt bewerten, welche U-Bahn-Station die beste ist, meiner Meinung nach, äh, das könnt ihr halt auch machen. Äh, bye!